hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin zu der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen pnv news hier am sonntag wir haben ein neues susi 3 update es ist ein neues bild erschienen was dem c2 addon sehr ähnlich sieht und das corona virus schlägt auch in der simulationswahl zu das alles und mehr gibt es jetzt natürlich hier wieder in den news von daher fangen wir gleich mit dem ersten thema an und das betrifft erstmal das omzi addon in düsseldorf hier gab es weitere neue bilder zu sehen auf der facebook seite von omzi projekte gladbeck und der titel so heißt es so steht es da wird zeit dass es endlich online geht denn es dauert nicht mehr lang also man plant hier wohl demnächst den release von dem omzi addon in düsseldorf einen genauen release termin gibt sie noch nicht auch was es kosten soll steht aktuell noch nicht fest sobald wir da mehr infos haben erfahrt ist natürlich hier bei uns direkt omzi 2 addon bremen hat auch was gepostet und zwar geht jetzt hier um die planung von dem release der linie 677 aktuell plane ich die linie 677 im zweiten quartal dieses jahres zu veröffentlichen zusätzlich kommt dann noch ein weiteres werbe repaint für den a 37 in das update nach dem release ist das bremen nord addon future complete und erhält keine weiteren geplanten anpassungen ich verlinke euch das ganze natürlich unten wieder in der video beschreibung könnt ihr euch dann direkt selbst noch mal nachlesen nix 3d modelle hat ein bild veröffentlicht von einem c2 damit steht auch so drin damit wäre auch das erledigt wischer eingebaut lang hat es gedauert mehr war aktuell nicht zu finden nicht zu sehen ich poste euch den link unten in die video beschreibung aber das könnte sich doch wohl um das c2 stadt bus addon handeln wer weiß wer weiß vielleicht ist doch noch nicht abgeschrieben was viele vermuten aber das spekulieren geht natürlich weiter es ist weiterhin nichts geplant zu c3 bekommt ein update mit weiteren tollen neuen futures unter anderem das mfa 5 hat ein neues modul bekommen der buchfahrplan da wurden die symbole korrigiert die fis anpassung unter der haube fürs mit touch display erste anpassung an aktuelles software stand koradia continental symbole korrigiert et 42x und talent zwei darstellungsfehler korrigiert im funk wurden die symbole korrigiert diverse lzb und et cs korrekturen und die bibliothek wurde aktualisiert download ist natürlich über steam natürlich automatisch und die stickversion muss natürlich über die separate software natürlich geupdatet werden es ist was cooles passiert was ich persönlich ziemlich geil finde und zwar geht es hier heute mal um microsoft wir reden hier von xbox mit dem xbox game pass denn dort ist jetzt ab sofort auch train sim world 2020 erhältlich xbox der xbox game pass ist ein ja ein abo modell wo ihr zehn euro bezahlt pro monat um halt kostenlose spiele spielen zu können das könnt ihr dann die ganze zeit benutzen benutzen solange ihr den xbox game pass habt aber es war halt eine ganze zeit lang so dass keine simulationen gab jetzt mit 3 wird kommt die erste richtige simulation in den game pass also solltet ihr das spiel noch nicht besitzen aber ihr habt den game pass egal ob für pc oder der xbox one dann könnt ihr jetzt ab sofort train sim world für lau spielen es gibt weitere addons noch dazu also neben train sim world 2020 und den kompletten futures was in train sim world 2020 enthalten ist gibt es noch die long island railroad die main spessertbahn und die northern trans penin linie die gibt es noch dazu die könnt ihr euch dann separat und natürlich alles dann komplett kostenlos runterladen sobald ihr den game pass natürlich besitzt salzburg welts wurde angekündigt und ist auch veröffentlicht worden direkt ab sofort ist auf der seite von rsslo die neue strecke salzburg welts erhältlich sie kostet 29 euro 99 so sieht das ganze aus die bilder sehen fantastisch aus dass ich schon teilweise selbst schon überlegt habe ob ich mir das addon mal angucke muss über weitere infos mal noch ein bisschen abwarten auf jeden fall das sieht wunder wundervoll aus schaut euch am besten dort bei die bilder an ich verlinke euch das natürlich unten alles in der video beschreibung auch wurde eine neue route angekündigt und es handelt sich hierbei um die strecke lake constance schaffhausen to kreuzlingen wurde jetzt angekündigt und weitere infos findet ihr selbstverständlich wieder unten in der video beschreibung das ganze kommt von riva games und auch hier sieht man schon dass es wieder sehr sehr eindrucksvoll aussieht und auch gbe kündigt ein neues addon an es handelt sich hierbei um ein neues fahrzeug nach dem großen erfolg unserem ersten skandinavischen fahrzeugs team x 31 k et erscheint nun bald unser zweites skandinavisches fahrzeug diesmal wird es ein triebwagen der dänischen gattung mr mr d so sieht das ganze aus wie gesagt demnächst dann halt auf gbe sobald dieser verfügbar ist werde ich euch darüber selbstverständlich wieder informieren und jetzt kommen wir zum corona vorfall ja da ist einiges passiert aufgrund der ausbreitung des corona virus verzögert sich die entwicklung updates zum flight simulator 2020 in einem blog beitrag erklärte microsoft dass man das team darum gebeten habe sich auf ihre gesundheit und ihr wohlbefinden zu konzentrieren um man daher die entwicklung updates in den kommenden wochen zurückschraube unklar bleibt inwiefern die maßnahme des unternehmens auswirkungen auf die bisherigen veröffentlichungszeitplan des flight simulators 2020 haben im zuge der offiziellen erklärung veröffentlicht microsoft zahlreiche neue screenshots von teilnehmern der alpha version des flight simulators 2020 die bilder zeigen unter anderem die qualität der wasserdarstellung samt dreidimensionale wellenbewegung und gischt die visualisierung komplexer wolkenformation unter detaillierter gebirgsketten sowie der realitätsnahen beleuchtung packt euch den kompletten blog den kompletten beitrag unten in die video beschreibung rein könnt ihr euch dann selbst nochmal durchlesen ja wie das ganze jetzt oder was es jetzt für auswirkungen hat für den flight simulator 2020 und dem ganzen release zeitraum das ist jetzt natürlich noch nicht bekannt da müssen wir jetzt noch weiterhin abwarten was da jetzt kommt wir freuen sich allerdings sehr auf den flight simulator man habe für märz was großes angekündigt mal gucken was dann noch kommt wir halten euch selbstverständlich wieder auf dem laufenden und jetzt kommen wir mal zur eigenen sache und zwar gibt es jetzt das necker gaming radio wo auch wir vertreten sind wir von öpnv simulation das team unterstützen necker gaming radio das heißt wenn ihr ein bisschen radio hören möchtet und ein bisschen news erfahren möchtet und so weiter und so fort denn schaut am besten oder hört am besten einfach mal ins radio rein dort werdet ihr zukünftig auch unsere podcasts hören die wir jetzt zukünftig für euch aufnehmen werden und dort natürlich live senden wir sind ab sofort ich und der phasus mit unserer öpnv nahverkehrs schau sind denn immer von freitags 19 bis 21 uhr dort auf sendung danach geht es natürlich wieder in den live stream auf youtube oder halt auf twitch ja sonst sind noch der dennis und der hobby mit der dennis und hobby show und da gibt es natürlich auch noch einige sende zeiten ich packe das am besten komplett unten rein in der video beschreibung könnt ihr selber mal gerne mal rein summen ob ihr da ein bisschen was habt wo ihr da ein bisschen musik hören möchtet wir fans auf jeden fall eine coole sache wenn ihr uns dort unterstützen würdet man weiß ja nie was daraus mal so passiert auf jeden fall ist es ein gutes freizeitprojekt und öpnv simulation freut sich eigentlich darauf sehr dabei ein bisschen musik spielen zu lassen wie gesagt wenn ihr da bock drauf habt schaltet einfach ein den radiosender und dann könnt ihr das ganze auf radio.de glaube weil das natürlich dann unter necker gaming rausfinden und dort dementsprechend dann halt auch reinhören wie gesagt kompletten link packe ich euch unten in der video beschreibung und da hört ihr dann einfach mal so ein bisschen rein und das war es auch von unseren news heute heute mal kurz gehalten so ziemlich aber es war halt auch nur ganz ganz kurze schnipselchen die ich hier immer bekommen habe aber so ist das manchmal manchmal sind es halt riesen texte aber wenig material was man sieht manchmal sind es halt einfach viele bilder aber wenig texte mag ich eigentlich persönlich am liebsten und ja ihr könnt ja gerne dazu eure kommentare jetzt mal hier unten rein posten wie ihr die news jetzt so heute fandet ja sind themen für euch dabei gewesen wenn ja wie gesagt lasst uns darüber diskutieren nutzt dazu wie gesagt die kommentarfunktion ich würde mich darüber sehr sehr freuen damit verabschiede ich mich und ich freue mich natürlich wenn wir uns nächsten sonntag hier zu den öPNVs news wieder hören damit verabschiede ich mich bedanke mich sage tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal